Moin, Jungens! Es grüßt euch mal wieder der Scatter. Weißt du, was der Scatter heute macht? Der geht heute ordentlich Holzhacken, glaube ich. Ist so der Plan, ne? Tag! Ey, du Schauf, ey, du kommst hier garantiert nicht über meine coole Brücke aus dem letzten Part, die ich hier angefangen habe zu konstruieren. Ja, ich habe mir überlegt, dass diese, ja, suizidale Lücke oder die Selbstmordlücke, wie ich sie beim letzten Mal genannt habe, die bleibt natürlich nicht in dieser Form erhalten. Ich habe ja beim letzten Mal schon überlegt, vielleicht da eine Treppe zu machen. Ich denke aber, dass es doch sinnvoller wäre, eine Leiter darunter zu konzipieren. Zum einen ist das viel materialsparender und zum anderen kommt dann auch kein Zombie hoch und sagt, Tag, Scanni, darf ich mal deine Brücke benutzen. Denn die Antwort wäre nein und ich glaube, dann wäre der Zombie ein bisschen ungehalten, weil ich bin der grummelige Brückentroll und lasse keine Zombies über meine Brücke. Wenn sie nicht das Rätsel lösen. Ja, Freunde, so ist es. Ja, jetzt ist gerade der dritte Part in dieser Aufnahme, ist denke ich jetzt auch erstmal der letzte für heute. Muss ja auch immer ein bisschen so die Grenzen erkennen, weil beim letzten Mal habe ich mir ziemlich viel, was mich wieder in den letzten Tagen aufgerichtet hat, von der Seele geredet. Und jetzt, ähm, ja, jetzt muss dann auch erstmal wieder neues an Themenmaterial kommen. Aber ein bisschen was habe ich noch, ein bisschen was habe ich noch. Zum Beispiel hat einer der User von, also einer von euch, mir unter einen der Minecraft-Parts geschrieben. Ja, ich gehe jetzt nochmal so alle Kommentare durch, die in den letzten Tagen meiner Abwesenheit angekommen sind. Mir wurde geschrieben, hast du nicht mal Bock, eine Runde Borderlands 2 zu spielen? Natürlich habe ich da Bock, habe ich auch schon geantwortet. Ähm, die Frage ist halt, wie du schon gesagt hast, fühle dich einfach mal direkt angesprochen, aber jeder der andere, der Lust hat, Borderlands 2 zu spielen, ich glaube, das kann man ja auch mit bis zu vier Spielern spielen. Die Frage ist, wann kommt da so ein Bundle raus, wo alle DLCs drin sind? Nämlich, lohnt sich das jetzt so lange zu warten, bis das kommt, oder wollen wir einfach direkt anfangen? Müssen wir halt mal gucken. Äh, ja, aber wenn, hier generell, wenn Leute Lust haben, Borderlands zu spielen, also Borderlands ist natürlich jetzt nur ein Beispiel, man kann auch von mir aus irgendwas anderes spielen, aber Borderlands war jetzt so das Spiel, was im Raum stand, dann schreibt mir das doch bitte, ich hätte da große Lust zu. Wenn ich jetzt nicht so ein kleiner YouTuber noch wäre, würde ich sogar fast sagen, wir machen da einen Stream draus, wo wir da einfach sagen, äh, YouTuber, äh, beziehungsweise halt alle Leute, die Lust haben, dürfen einfach mal Runde mit Borderlands spielen. Hätte ich sehr viel Bock drauf, aber das geht natürlich erst sinnvoll, wenn wir, wenn ich, also ihr habt damit erstmal nichts zu tun, wenn ich genug Zuschauer habe, weil davor lohnt es sich, glaube ich, nicht wirklich einen Livestream zu machen. Ich kenne mich da auch gar nicht aus, das wäre dann auch meine, meine, der Verlust meiner Stream-Jungfräulichkeit. Ich schaue ja Livestreams persönlich mittlerweile lieber als Let's Plays, ich finde, das hat irgendwie was, aber, ähm, aber M, ja, jetzt müsst ihr alle einen trinken, hehe, aber M, aber M, aber M, aber M, aber M, ja, tut mir leid, Leute, ich weiß, das war jetzt ein bisschen gemein. Äh, da müsst ihr halt, müsst ihr halt mal gucken, also vielleicht wird das bei mir erst dann was, wenn ich wirklich eine größere Zuschauerschaft habe, davor lohnt sich das nicht, höchstens mal als Gast in einem anderen Stream vielleicht, aber das steht im Moment alles noch in den Sternen. Ähm, so, äh, es ist schon wieder nahe des Sonnenuntergangs und jetzt brauche ich echt mal Kies, einfach mal ein bisschen Kies. Na klar habe ich Kies. So, Kies gibt's heute, ähm, guck mal, der eine Weizen da, der hat den längsten, der da links, der ist nämlich schon fast fertig, die anderen Weizige, Weizigen, die Weizsinger, die Weizsäcker, der hat auch immer, die Weizenpflanzen, die anderen haben leider noch nicht so viel Spaß daran zu gedeihen, das ist sehr traurig. Im Übrigen natürlich ist Borderlands auch nicht das einzige Spiel, was ich gerne mit euch spielen möchte. Komm, ich baue mir jetzt eine Eisenschaufel. Wir sind mal so dekadent, ja, dekadent for the win, dann kann ich hier nämlich mal gleich richtig schön Kies abfarmen gehen und dazu baue ich mir noch eine Holz, äh, Spitzhacke für die Steine, die mir im Weg liegen. Oder machen wir grad zwei, damit wir auf jeden Fall auch genug haben. Yeah, so lohnt sich das. Also, wenn ihr sagt, Skali, du Rally, du bist ein geiler Hengst, da habt ihr auf jeden Fall erstmal recht. Wenn ihr sagt, wir wollen mal Alien Swarm spielen, fällt mir jetzt gerade ein, weil es das halt kostenlos auf Steam gibt. Und wir wollen, keine Ahnung, Call of Duty spielen. Ja, vielleicht besser nicht. Wir wollen, ach, kommt Leute, ich habe keine Ahnung, es gibt viel zu viele Spiele, um jetzt klar zu sagen, welches man alles spielen, was man alles spielen könnte. Aber wenn ihr irgendwie sagt, das wäre mal cool, dann lasst es mich wissen und ich bin gerne dabei. Ich spiele ja gerne, ich bin ja, sonst würde ich ja keine Let's Plays aufnehmen. Also erstmal Kies. Wenn ich nicht gerne spielen würde, würde ich keine Let's Plays aufnehmen. Ja, kurz mal überlegen. Ich glaube, das macht Sinn. Ich glaube aber, es macht wenig Sinn, hier Unterwasser Kies abzufarmen. Entsprechend sagt mir da einfach mal Bescheid. So, ansonsten bin ich natürlich gerade auch so ein bisschen, ja, in der Bredouille will ich fast sagen, ist nicht ganz der richtige Wort, aber mir fehlen so ein bisschen noch die Projekte. Ich habe ja jetzt Minecraft hier gestartet auf diesem Kanal und Minecraft ist auch ein spaßiges Projekt, also keine Frage, ich nehme das gerne auf. Aber es ist natürlich nicht so ein richtiges Projekt für mich. Es ist mehr so eins, ja, bist du mal zu Hause, hast mal Zeit, spielst du eine Runde Minecraft, weil es sowieso Spaß macht und nimmst du dann einfach mit auf. Aber es wäre für mich jetzt niemals ein Dauerprojekt, also schon ein Dauerprojekt, aber kein Projekt, wo ich sage, das ist jetzt ein Hauptprojekt auf meinem Kanal. Entsprechend muss ich mal wieder gucken, was ich jetzt noch alles Schönes aufnehmen kann. Ich habe ja Metroid, aber das interessiert natürlich viele nicht, weil Metroid so ein Spiel ist, das, naja, nicht so wahnsinnig beliebt ist. Ich habe, oder schon beliebt, aber es gibt auch viele Leute, die bei Metroid sagen, das ist nicht so mein Ding. Ich habe Varioland mit Rush, das macht auch definitiv Spaß, aber kommt halt relativ unregelmäßig, weil wir nicht so oft Zeit finden, zusammen aufzunehmen. Und dann sind wir eigentlich schon mit unserem Latein am Ende. Mir fehlt irgendwie ein Zelda, weil ich gerne... Ich hatte ja eigentlich immer Zelda auf meinem Kanal. Es gab nie eine Zeit, wo ich kein Zelda auf meinem Kanal, also auf meinem alten Kanal noch angeboten habe. Wisst ihr ja vielleicht noch. Und jetzt habe ich gerade kein Zelda, aber ich weiß auch gerade nicht, welches Zelda ich spielen könnte. Ich wollte ja unbedingt Link's Awakening nochmal aufnehmen, habe das auch versucht, bevor ich diesen Kanal gestartet habe, für diesen Kanal schon hier. Und naja, das war mittelprächtig. Also ich wollte... Ja, das hätte man sich ja auch vielleicht vorher drüber informieren können, aber das ist langweilig. Ich wollte eigentlich hier, ähm, Zelda Link's Awakening nochmal aufnehmen, und zwar als Drei-Herzen-Run. Und habe das auch wunderbar geschafft, bis zum ersten Endgegner. Und dann habe ich gemerkt, dass das in Zelda Link's Awakening leider gar nicht geht, weil man dazu gezwungen ist, alle Herzcontainer mitzunehmen, die man von Bossen bekommt. Und dann ist das natürlich ein bisschen witzlos, einen Drei-Herzen-Run daraus zu machen. Hätte man mir ja auch mal sagen können, ne, ich meine, was ist das überhaupt für ein Konzept? Man muss die Herzcontainer mitnehmen. Wer kommt denn auf sowas? Nintendo, da ist doch Chance. Ja, ist. Und vor allem beim ersten Boss kann man ja... Gut, ich rede jetzt ein bisschen viel über Zelda. Alle, die da jetzt keinen Plan von haben, dürfen mal ganz kurz abschalten. Aber beim ersten Boss, den Zelda Link's Awakening, kann man ja theoretisch auch, ähm, nach dem Besiegen des Gegners einfach abhauen, indem man in den Abgrund springt. Aber wenn man dann wieder zurückgeht und hofft, dass man dann irgendwie an dem Herzcontainer vorbeikommt, dann führt das nur dazu, dass man nochmal den Boss besiegen muss. Und das kann ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Nein. Ist doof. Deswegen hatte ich mir jetzt verschiedene andere Sachen überlegt. Ein Zero-Death-Run zu Zelda Link's Awakening, aber das ist irgendwie nicht so herausfordernd, weil man das relativ leicht schafft. Und sonst fällt mir jetzt nichts ein, was ich noch an Challenges für mich aufstellen könnte. Das auf 100% spielen, das ist ja gar keine Herausforderung. Das habe ich ja sogar auf meinem alten Kanal schon geschafft. Dann gibt es noch die Möglichkeit, äh, ja, das waren eigentlich so die Möglichkeiten. 100%, kein Tod. Äh, fehlt da was vorne? Im Speedrun sozusagen könnte man natürlich machen, aber da bin ich nicht der Typ für. Ich mag es nicht, Spiele so wahnsinnig durchzuraschen, weil ich dann immer das Gefühl habe, dass ich dem Spiel nicht genug Ehrerbietung erweise. Ja, das ist vielleicht jetzt komisch formuliert, aber im Prinzip ist es so. Kleiner Scheiß am Rennen, aber im Prinzip ist es so. Ja. Gut, wie viel Kies haben wir denn jetzt? Naja, drei Stacks, das sollte erstmal genügen. Ja, also irgendwie ist das... Speedrun, ich meine, da muss man ja auch ewig für üben, also das wäre sowieso nicht mein Ding. Ich könnte möglichst eine Zeit sagen, unter der ich spielen soll, aber... Nee, lassen wir mal. Lassen wir sowas mal bleiben, das muss ja nicht unbedingt sein. Äh, das war gerade dieses Areal, wo ich den Kies rausgeholt habe, da geht's weiter. Ja, muss nicht unbedingt sein, ist halt jetzt noch so eine Sache. Was machen wir? Ja, jetzt werde ich hier wieder der Durchgepeitschte, weil ich nicht genug zu essen habe. Traurig, was macht denn meine Weizenfarm? Gucken wir gerade mal. Ja, ansonsten könnte ich natürlich einfach ein anderes Zelda spielen, aber für andere Zeldas habe ich auch andere Vorhaben. Und Zelda Dings Awakening wollte ich unbedingt mal wieder aufnehmen. Naja. Ja, da sind schon zwei, sind schon ganz gut dabei, die nehmen wir schon mal mit von meinen Weizs. Nimm ich dich. Hat der nicht auch Samen irgendwie vielleicht gedroppt jetzt? Nee, na gut. Müsste er doch eigentlich, oder nicht? Schauen wir mal. Weizen und, ach so, die Samen sehen hier so ähnlich aus wie das Weizen selber. Dann können wir die nämlich gerade wieder pflanzen und haben dann auf diese Weise tatsächlich unser erstes Weizen abgegrast, aber das reicht natürlich nicht, weil wir brauchen, glaube ich, mindestens drei, um was daraus zu machen und wir haben nur zwei. Schade. Aber können wir hier mal in unser kleines Holzhütchen backen, ja, backen, Backe, Backe, Holzhütte. Ja. So. Jetzt können wir auf jeden Fall erst einmal die Brücke mit Kies ausstaffieren. Warum ich das mache, das, äh, ja, erschließt sich vielleicht jetzt noch nicht, aber wenn ich hier nachher einen Kiesweg drunter noch legen möchte, dann sieht das wahrscheinlich sinnvoller aus, wenn ich hier auch Kies habe. Vielleicht sieht es auch scheiße aus, dann mache ich es wieder weg. Kann sein. So, ja, Zelda Minish Cap könntet ihr mir jetzt vorschlagen, das sage ich von vornherein, das wird irgendwann kommen, aber in einer anderen Form als meine anderen Zelda Let's Plays. Dann gibt es noch Zelda A Link to the Past, das wird vielleicht auch gar nicht kommen, obwohl ich das Spiel gerne mag, ich will es nicht unbedingt aufnehmen, weil ich so schlecht darin bin. Wobei, so schlecht bin ich gar nicht, ich habe das sogar einmal ohne Tod durchgespielt, aber ich habe da irgendwie keine Lust drauf. Und die ersten beiden Zeldas, hier, Zelda 2, habe ich jetzt mal wieder mich drangesetzt, vor, äh, zwei, drei Tagen, also für euch vor zwei drei Tagen, für mich gestern, auf meiner Zugfahrt. Das macht sogar mehr Spaß, als ich in Erinnerung hatte. Ich finde das gar nicht so schlecht, das Spiel. Ist natürlich für einen Zelda ein bisschen ungewöhnlich, aber schlecht ist es nicht. Aber, ob ich das unbedingt aufnehmen werde, das ist immer so eine Sache, bei schweren Spielen, wenn man schwere Spiele aufnimmt, kommt das, führt das natürlich dazu, dass, äh, die Aufnahmen relativ, ja, langwierig werden, weil ich ja nicht wirklich vorankomme, weil ich denke, Mensch, ich muss jeden, ein Part dreimal machen, weil ich so schlecht bin, und so weiter. Entsprechend, ist das vielleicht nicht so geeignet, um es zu explain. Das war ja damals schon bei Metroid so eine Sache, wenn ihr euch daran erinnert noch, das war ja auch auf meinem alten Kanal. Das war auch schon nicht so ein gelungenes Let's Play, wie ich finde. Es war nicht schlecht, aber war auch bei weitem nicht mein bestes Projekt. So, jetzt legen wir hier auch mal ein bisschen Kies hin. War, war, war nicht schlecht, aber war auch nicht so geil. Ja, und entsprechend so ein schweres NES-Spiel, selbst wenn man das, ich will mal so sagen, man kann Zelda 2 ganz gut spielen, ohne dass man sich wie der letzte Idiot verhält, aber ich halte mich. Außerdem ist es irgendwie auch langweilig, wenn man ein Spiel so durchruscht, das eigentlich total schwierig ist. Ja, und dann gibt es natürlich von Game Boy Zeldas, oder DS Zeldas, gibt es noch hier Phantom Hourglass, aber das finde ich sehr schlecht, finde ich das schlechteste Zelda, ne, das zweitschlechteste, nach Spirit Tracks. Und vielleicht Skyward Sword, das habe ich bis heute nicht gespielt, aber da wurde mir schon von einigen gesagt, dass das nicht so geil sein soll. Ja, und dann sind, dann bin ich mit meinem Latein auch am Ende, weil ich wollte natürlich irgendwann auch die dreidimensionalen Zeldas angehen, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis ich hier mal von meiner Wii aus aufnehmen kann. Ich glaube nämlich, bei höchstens N64, also Ocarina of Time und Majora's Mask, könnte man vielleicht auch ein bisschen mit einem Emulator umgehen, weil ich, ich meine, ich habe die Spiele alle, ja, also so ist es nicht. Ich bin ja ein Zelda-Fan, da werde ich wohl schon alle Spiele haben, ist klar, aber es ist halt so eine Sache zu sagen, weil, ich weiß nicht, bei 3D-Spielen, die dann auch noch ein bisschen anspruchsvoller sind, da ist immer so eine gewisse Schwierigkeit da, wenn man das über den Computer, über einen Emulator aufnimmt, weil man eben, naja, dann verschiedene Leistungseinbrüche und sowas bekommt und das muss ja nicht unbedingt sein, aber vielleicht, wenn ich das jetzt nicht anders lösen kann, mache ich das so. Dann, was natürlich auch fehlt, um mal von Zelda abzukommen, ist Pokémon, das habe ich ja eigentlich auch immer gehabt, wollte ich auf diesem Kanal auch machen, aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt mache. Auf der einen Seite will ich unbedingt mein Pokémon Gold Let's Play von damals fortsetzen, aber da fehlen mir einige Parts, außerdem ist es halt ein Projekt von meinem alten Kanal, aber das hat mir so viel Spaß gemacht, vielleicht mache ich das einfach wieder. Wenn ihr das geguckt habt, dann könnt ihr mir gerne sagen, Scuddy macht das doch. Ihr könnt mir auch sagen, Scuddy lasst den Scheiß, aber dann wäre ich ein bisschen traurig, weil ich fand das Let's Play ziemlich lustig. Oder aber ich spiele halt ein ganz neues Spiel, aber wenn ich jetzt noch mal Pokémon Gold oder so anfange, dann würde ich mich doof fühlen, aber eine Generation zu überspringen, weil für alle, die es nicht wissen, Pokémon Rot habe ich ja schon fertig, Let's Played einmal. nochmal jetzt die zweite Generation komplett zu überspringen, finde ich irgendwie auch doof. Und dann bin ich jetzt halt mit meinem Latein am Ende. Die dritte Generation möchte ich zwar unbedingt irgendwann aufnehmen, weil es meiner Meinung nach die coolste ist, aber ob das jetzt wirklich die perfekte Lösung ist, jetzt einfach die zweite zu überspringen, ich weiß auch nicht. Ja, also Moral von der Geschichte, es fehlt Pokémon und es fehlt Zelda. Aber man kann ja auch nicht immer alles haben. Ja, also ich muss mich da jetzt ein bisschen einschränken. Ich werde wahrscheinlich auch vielleicht, also was heißt vielleicht, ganz sicher, habe ich nämlich schon was geplant, auch mal nicht Nintendo-Spiele machen. Das seht ihr ja jetzt schon. Minecraft ist meines Wissens nach kein Nintendo-Spiel. Vielleicht sehe ich das aber auch falsch. Ich glaube, ich sehe es nicht falsch. Aber, ähm, aber M, einen trinken. Äh, aber es gibt auch andere Spiele noch, die nicht von Nintendo sind, die tatsächlich nicht schlecht sind, die ich mal spielen möchte. Darunter zum Beispiel Bioshock, wobei ich nicht weiß, ob mein Computer da gut genug ist, um das zu spielen und aufzunehmen. Für die Performance beim Spielen reicht es eigentlich, aber beim Aufnehmen, das könnte so eine Sache werden. Oh je, ich sehe gerade meine Farm, ist hier ein bisschen doof platziert. Ja, dann machen wir diesen Zaun einfach weg. Der Part muss jetzt auch gleich beendet werden. Also machen wir hier den Zaun einfach weg und haben dann einfach ein um ein Feld erweiterte Farmen. Ja, cool, oder? Richtig geil. Nee, eigentlich ist das total belanglos, Scully. Das ist jetzt auch nicht wirklich toll, was du hier gemacht hast. Ja, tut mir leid. Tut mir echt leid. Ja, also nicht Nintendo-Spiele vielleicht. Zum Beispiel, ich halte die Klappe, weil ich einige Projekte auch schon angefangen habe, mal aufzunehmen und deswegen will ich jetzt hier nicht zu viel verraten. Aber ich habe schon einige Ideen, was ich spielen kann. Es gibt einige nicht Nintendo-Spiele, teilweise auch ältere für einen Computer, auf die ich schon Bock habe. Aber ich weiß jetzt noch nicht, was wirklich als nächstes kommt. Auf jeden Fall denke ich, wenn ich jetzt hier, ich habe ja jetzt wieder drei Parts Minecraft aufgenommen, da habe ich einen ganz guten Vorrat jetzt. An VarioLand habe ich natürlich nicht wirklich einen Vorrat. Was, das waren schon alle Zäune? Oh Gott, die gehen ja weg wie warme Semmeln. Also an VarioLand habe ich jetzt nicht so den herausragenden Vorrat, aber das liegt wohl in der Natur der Sache bei so einem Together-Projekt. Und an Metroid habe ich im Moment keine Parts vorrätig, aber das wird sich in wenigen Stunden geändert haben, weil ich jetzt gleich noch Metroid aufnehmen wollte. Weil Metroid auch so ein Projekt ist, das ist nicht schwer aufzunehmen. Ist so, weil das Spiel einem eigentlich schon genug Moderationsmöglichkeiten bietet. So, jetzt können wir dieses Zauntor hier hinpacken und können das hier ein bisschen abgrenzen mit Hilfe dieses Zauns. Ja. Gut, Freunde, das ist denke ich jetzt auch ein ganz gutes Schlusswort. Wie komme ich denn jetzt eigentlich wieder hier rein? Das war vielleicht nicht so perfekt geplant. So, nein, im Moment geht es noch. Dann mache ich jetzt einmal noch eine Weizenerntetour und dann backe ich mir ein Brot und beende den Part. Also, wie gesagt, es werden einige Nicht-Nintendo-Projekte auf diesem Kanal auch ihren Weg auf YouTube finden, aber das werdet ihr sowieso sehen und ich werde mich jetzt auch nicht dazu äußern, welche Projekte es sein werden. Da könnt ihr euch schön gehackt legen. So was werde ich jetzt hier nicht verraten. Ja, und natürlich Zuschauerprojekte. Halt, halt, das darf ich nicht vergessen. Hier, ihr habt mir auch schon Projektvorschläge gesandt. Da habe ich auch schon den ersten angefangen aufzunehmen, aber ich verrate nicht, welchen. Ich, böser Junge. Ich bin ein böser, böser Junge. So, jetzt nehmen wir hier nochmal den Weizen mit, packen die Samen rein, Samen in die Schüssel und jetzt gibt es Brot. Lege. Weißt, es gibt nur ein Brot, das ist ja wirklich traurig, aber ist wahrscheinlich realistisch. Dann esse ich das noch und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Minecraft. Wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Und dieses Schaf hier, das wird jetzt leider einen Abgang machen zum Abschluss dieses Parts. Moin, Chef. Diese Brücke ist nicht groß genug für uns beide. Halt, halt, halt. Nein, ich wollte den doch cool runterschlanden, aber der geht schon selber wild den freiwilligen Freitod. Alles klar, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann, euer Skalider Raditach.